Okay, Montreal Qualifying, jawohl. Wie schön ist es, dass das jetzt nicht mehr, dass Halo manuell eingestellt werden muss. Das haben sie schön verbessert. Was? Ja. Krass. So, lass uns mal am Ende gucken. Ich werde viel Zickzack fahren. Okay. Am Start der Runde, was die blaue Temperatur sein wird. Unsere Reifen. Okay. Ich fahre einfach nur Mittelgas. So wie du deine Einführungsrunde fahren würdest. Okay. Nach der Herpin, 74. 73. Auf 74 bei mir. Okay. Good luck, Heffern. Okay. Green, green, green. Okay. Hier kommt die erste Zeit nach. Okay. 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 Gedreht. Gedreht. Ich brauchte nur zweite Einführungsrunde. Gedreht. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Starke Zeit, Jagger. Glückwunsch. Sektor 1 war richtig kacke. Ja. Gut, P1 hätte es nicht sein können, weil Mikuschewski natürlich mit einer 14-2 absolut göttlich gefahren ist. Aber eine 15-2 hätte ich hier sicherlich wieder hinzaubern können, dann wäre ich P3 und Jagger P5. Wie geil wäre das? P5 finde ich jetzt auch so. Ja, oder P6 dann. Und jetzt starte ich von ganz hinten bei den Trollos. Ich habe einfach zu viel gepusht, mich gedreht hinten raus. War dumm. Es war einfach dumm. Ja, mit einer safeen Zeit wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall eine 16 gefahren. Ja, locker. Ist das wirklich Topsplit? Was für ein I-Rating haben die vorne? 3,8. 3,8? Ja. Bruselig. Was ist denn da heute los? Ja. Das ist bestimmt wegen F1, 23. Fahren alle. Kann sein. Aber Ich gehe nochmal ganz kurz weg. Ja. Ich war, die Runde war stark, auf der ich war, Leute. Aber das ist natürlich einfach eine Katastrophe. So eine Chance kriege ich so selten in der Formel 1. Ich so weit vorne bin. Deswegen tat es eben doppelt weh. Weil normalerweise dümpel ich ja bei Platz 14 rum. Und eben hatte ich die Chance auf die Top 3. Mit echt guter Pace. Jetzt muss ich aufpassen bei den ganzen Heinis, dass ich nicht direkt Schrott gehe, so wie hier. Oh, ich bin letzter. Ei, 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 ei. SoF von 2,1 ist aber auch nicht so pralle, ne? Nee, der ist nicht pralle. Hatten wir aber schon einige Male. 2,1, 2,3, 2,2. Egal jetzt. Du hast wirklich gute Chancen. Chancen. Wie auch immer. E6. Hier heute. Ich finde, du hast sogar Chancen aufs Podium. Tatsächlich. Ich habe Chancen, vielleicht noch in die Top 10, ohne Zwischenfall zu fahren. Das ist jetzt das Ziel. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht gering, dass ich mich kaputt fahre, will ich auch dazu sagen. Es ist einfach so. Du startest auf gelb? Ja. Und dann mache ich das auch. Zur Not gelb-rot-rot, wenn es nicht hingehaut, genau. Eine gute Idee. 70 Runden. 70 Runden. Anderthalb Stunden. Viel, viel Spaß. Ich hoffe, es klappt. Einfach vorsichtig fahren. Die meisten starten auf gelb, manche auf rot. Auf weiß startet niemand, den ich sehe. Danke, Corbin. Denkt dran, erste Runde kalte Reifen. Vielleicht sogar ersten zwei Runden. Ja. Gerade diese ganz fiesen Stellen, wenn eng zusammen ist, wenig Abtrieb. Ja. Ja, und wenn einem einer reinfährt, kannst du halt auch einfach nichts machen. Dann ist das eben so. Lang nicht mehr so aufgeregt gewesen vor dem Rennen. Weil du jetzt so weit vorne bist, ne? Ja. Ja. F4 war ja sonst auch in letzter Zeit eher Mittelfeldgeplänkel. Sogar eher hinterherfahren fast, ne? Ja, die ganz letzten Rennen ja, wo ich nicht trainiert habe. Ja, ich habe Bock. Ich hoffe, wir fahren lange gemeinsam. Von mir bleibt frei. Ja. 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 Da ist der Wettbewerb vor mir Fahrverbremser hier vor mir Schnell car ahead, go left. Left side, go right. Clear on the left. You're in the top ten, doing great. Really good job. Unfall. Links war der Unfall. Fährt weiter, muss in die Box. Crash kaputt. Nein. Ja. Power West hier. Fuck. Gerade, wo du dich sicher fühltest, ne? Ja. Fuck. Ich war wirklich schon am gerade fahren. Ich gehe bei dir raus. Danke. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, man wollte sicherlich auch vorne mitfahren. Ja, und das ist auch nicht so, dass ich irgendwie soll gepusht habe. Es ist eher so, dass ich noch auf den Vordermann Respektabstand gehalten habe. Und, ja. Jetzt auch meine Rundenzeit. Hallo, Archie. 1906 ist jetzt auch keine Rundenzeit, die ich vorher nicht trainiert habe, ne? Ja. Aber es waren halt noch die kalten Reifen. 19J-Joh. 20J-Joh. 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 Der Jeff Kaufmann ist hier. hinter mir ist nicht schlecht. So, erste vernünftige Runde von mir jetzt. Wie ist die Zeit verglichen mit dem Feld? Ja, da wo du ungefähr bist, ne? Okay. P4 fährt eine 18-3. P1 und P2 fahren in der eigenen Liga. Ja. Drei Vordür ist er mit Rot unterwegs, der Kila. Mhm. Hinter mir jemand irgendwie viel schneller? Ist ja nicht. Nur direkt hinter mir, ne? Der ist ein bisschen schneller als ich. Da ist eine 19.5 letzte Runde gefahren. Ja, jetzt 6 Zehntel schneller als du. Ist ja jetzt auch im DS-Fenster, also der ist eigentlich genauso schnell wie du. Ich würde mich noch neu connecten, um dich zu spoten. Also da geht's doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 U-Bur-Chan bleibt aber auch gut dran hinter mir. Ich fährt aus der Konstante Zeit. Außer in dem 19er Bereich. Mein Arsch tut weh. Der Konstante ist ja dicht. Könnte ich gleich plackieren. Ach dann. Achso, ich bin in den Bild 2 zurück. Sorry. Okay. Okay. Mm. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wieder so knapp! Hey, Hippo! Hey, Hippo! Das ist die eine Schikane, die ich besser fahre. Du könntest auf Sven gesehen überlegen, ob du ihn vorbeilässt und selbst mit DRS immer hinter stehen bleibst. Ja. 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 Wow, hast du das gesehen? Ja. Vorbeilassen. Bevor er uns beide killt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fokussiere dich mal jetzt auf deine Rundenzeiten und guck, dass du vielleicht in die 18er kommst. Weil das waren sie alle gerade. Die 18-3 gleich. Mikuszewski ist raus. Ja. 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 Okay. Ja. 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 ganz alles kommt so mit 0,5 bis 0,8 schritten näher ran abstand 6 sekunden hier hier Ugo Can ist anscheinend auch mit Incident weg. Willst du noch mal versuchen zu spotten? Ne geht nicht, der hat gesagt ich bin mit einer anderen Rolle drauf gewesen. Ah ok. Wenn du dich mit der Rolle wieder einversuchst eins zu nehmen? Ne, ich kann mich nicht mehr registrieren als Vater. Ah ok. Ah ok. Ah ok. Ah ok. Ah ok. Ah ok. Die meisten scheinen gelb rot aber zu versuchen, nicht wahr? Ja. Ah ok. 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 André kann auch leider nicht mitfahren. P7 werde ich gleich abgeben müssen. P7 werde ich gleich abgeben. 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 P7 werde ich abgeben. P7 werde ich gleich 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 abgeben. Hier nach Rot Auf Weiß Dann warte ich erstmal, was die anderen aufziehen So, ich muss jetzt vorbeigehen wollen Kann er wahren Kaufholz in der Box Was nimmt der? Rot Und ich auch noch solche Kimmeln Komm rein 5, 3, 2, 1, right here Run, run That's it, go voll in traffic das war der erste, ne? Ja Tut mir mega leid, weil einfach nicht gesehen von mir Danke, Free Weber Was fährt der grad für Zeiten? 18,9 Ja, ich bin aber auch im Fight nach vorne, ne? Ja Blaue Klage, ne? Ja, ich hab das nicht vorbei Clear on the ride Berglund in der Box Das heißt, nachbereinigten Pitstops für mich jetzt P9? Ne, ne, da sind noch nicht die Puppen müssen Vor dir war noch nicht, zwei vor dir waren Runde 2 P5 ist Gonzales Das ist der gegen den du fightest So, hinter dir wie lag grad das ist ein Fight Auf Position, ne? Ja Ja Aber der ist auf weiß gegangen Das ist gut für mich Reifen müssten auf Temperatur sein Wenn ich jetzt mit PR1 mit halten kann, ist glaube ich gar nicht so schlecht Ja, vor allem wenn du deinen DRS ein bisschen mitnehmen kannst, ne? Genau Von den Reifen musst du, äh von den Zeiten solltest du in den 17er Zeiten jetzt landen Jetzt habe ich keine DRS-List Glücks DRS 17,4 Nice Wie lange hinter dir in der Box gewesen? Jetzt hast du 18 Sekunden nach hinten Weil Villacra nochmal in der Box ist Ob der Rot holt? Das kann sein, aber Dann war es ein krasser Fehler Ja 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 Er ist in der Box So, 10 Sekunden nach hinten, 10 nach vorne, 20 nach hinten. Wobei Gonzales noch mal in die Boxen muss, der war noch nicht und der fährt gerade 19er Zeiten. Noch null Inzidenz? Wer knut ist, der Mann. Wer knut ist, der Mann. Und war das jetzt in der Box oder was ist da los? Ich glaube viele. Toe. Ärgerlich, wäre noch ein schöner Fall gewesen. Ich bin der Mann. Physics So, 25 Runden und 10 Sekunden nach vorne, aus der letzten Runde 0,3 schneller. Jetzt Kauppold. Ja, OP-3. Walter! Walter, ja, ein To. Nach seinem Reifenwechsel. Ja, und Rehlange auch im Tor. Ich vermute, die sind aneinander geraten. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Darf ich nochmal wiederholen, dass ich am Anfang mit Tequila und Berglund zusammengefahren bin? Ist das bitte? Brenz hinter dir nochmal in der Box? Da ist jetzt gut Abstand nach hinten? Keine Sorge nach hinten. Du bist aber momentan schneller als vor dir. Mit konstanten Zeiten ist das noch aufholbar. Und Tequila ist auf gelb, ne? Tequila ist auf gelb, ja. Aber fährt trotzdem 18-3. Dann ist der rot-gelb gefahren oder wie darf ich mir das vorstellen? Oh, das kann sein, dass er nochmal in die Box kommt, der war erst Runde 19. Aber kein Fokus auf ihm, sondern er sucht auf Kaukholz. 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 Meine Reifen waren 55% vorne links Sprich Alessandra als Gelb-Rot ist totaler Humbug Aber halt nur 20 und ein Rot ist halt sehr wenig, ne? 7 zu 4, sehr starke Zeit Danke 1.16.73 9 zu 5 Tonnen 9 zu 45 Minuten 10 bis 35 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 11 Minuten 1 Sekunden Untertitelung. BR 2018 Der Kaufhof fährt jetzt wieder weg. Die Kieler hat einen leichten Fehler wohl gemacht. Hat 5 Sekunden eben verloren. Der ist ja nur wegen der einen Runde weggefahren. Die Kiel. Die. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Richtig? Das sind mal 10 Runden mehr. 20,50 ist kein Problem mit Gelb. 2,5. Die Leiter läuft 1 Minute 17.448. Ja, so langsam würde ich sagen, alle Positionen sind gesetzt. So, schneller als die Runde jetzt kann ich nicht. Dann fahren die doch noch 15 Mal. Jetzt geht's bei euch. Die schnellste Runde des Feldes war das. Aber letzte Runde keiner schneller. Ja, meinst du das lohnt sich sich jetzt noch Schrott zu fahren? Jetzt nur auf P10 zurück. Ja ne, da hab ich keinen Bock drauf. Ja. Haha! Sechs Zehntel auch kurzletzt so gut. Chat sagt mal, soll der Michael nochmal pushen und versuchen K4 zu holen. Oder ist er hier nach Hause fahren? Oder ist er hier nach Hause? Oder ist er hier nach Hause? Scheiße! Die Reifen wären bis zum Ende durchgegangen und mit dem leere werdenden Tank werden glaube ich auch die Rundenzeiten konstant geblieben. Abstand nach hinten. Glück gehabt! Ja! Kann noch mal noch machen. Das war die World of Champions, ne? Ja! Brauchst du neun Flügel? Ich glaub nicht. Dieses kleine Flatterding, was rechts ist. Was wieder eingedellt oder ab ist. Aber ich denk mal ich werd 0,5 Sekunden langsamer fahren jetzt. Also 18,5. Also 18,5. Aber es sollte ja trotzdem reichen, ne? Easy. Ich hab einmal den 7. Ich hab einmal den 7. Statt den 8. Gang gemacht, den man ja eigentlich ohne DRS gar nicht benutzt, den 8. Gang. Aber ich benutze den immer. Dann hab ich einmal mit dem 7. versucht und mich direkt, weil ich aus dem Rhythmus war, verbremst. Dann Fokus jetzt auf zu Ende fahren. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ist der 8. langsamer als der 7. oder ist es einfach nur Schluss? Wie viel egal? Das müssen wir mal testen. Ab 10 Runden. 11. Weg 10 Einschlag gut gemanagt. 0,5. 1,9. Halt 10 Runden. Es sind gerade noch mal zwei Leute in die Box gefahren. Ja, aber hinten, ne? Ja. Der war leid vertrauenswürdig. Ja, er hat eine Runde Rückstand auf den neunten. Hm. Er scheint also schon ein bisschen was passiert. Was haben bei ihm? Beantwortet das deine Frage? Dein linker Vorderreif hatte gerade 80 Grad. Ja, aber insgesamt sieht die Temperatur vielleicht ein bisschen niedrig aus. Hm. Er hätte auch noch mal ein Safety Car geben können, ne? Wäre nicht gut gewesen für dich. Ne, das wäre schlecht gewesen für mich. Der hinter dir hat diese Runde fünf Sekunden aufgehört? Ja klar, er hatte diesen Zwischenfall halt nicht. Ja. Ja, zum Glück ist der stehen geblieben, das stimmt. Sodass ich langsam vorbeikriechen konnte. Er stand auch maximal ungünstig, ne? Ja, er stand richtig schlecht. Aber besser so und er steht als alles andere. Aber besser so und er steht als alles andere. Longbeater an einigen Stellen wäre es nie vorbeigekommen. Waren wir mal nach 18.2 gefahren? Ist doch in Ordnung. Ich mach jetzt den Schrank. Ja. Wie gesagt, eigentlich musst du den 8. nehmen, der 7. ist ausgedreht. Okay. Obwohl... Okay. Also von der Geschwindigkeit, Endgeschwindigkeit macht es keinen Unterschied. Aber so wie das abfällt, das ist ein Unterschied. Wir können jetzt mal gucken. So. Das ist jetzt 7. Ich hab da. 301. 302. Und dann geht er rückwärts auf 296. Und das nächste Mal mach ich mit dem 8. Ich hab da. Ich hab da. Ich hab da. Ich hab da. Und dann. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt anders Jetzt gehe ich noch in den achten 303 Ein kmh Unterschied Natürlich nichts Also wahrscheinlich erst der achte drin Tatsächlich besser Obwohl man kein DRS hat Frage, ob man dann verliert, aber beim Runterschalten Oder, naja, man kriegt zweimal Motorbremse ein Die ist fürs Bremsen ja sogar auch besser, ne? Dreimal schalten Spannende Frage Hi Hann-Olli, grüß dich Na, wie war der Geburtstag? 303 ist Maximum mit dem Setup hier Wie gesagt Und wenn man DRS hat, dann geht's halt noch weiter hoch auf Und das dann nach der Höchstgeschwindigkeit langsamer wird, das haben alle Autos Wenn du an den kompletten Begrenzer kommst Vielleicht kann man das dann noch anders machen Jetzt war aber auch wieder anders, ne? Jetzt war es ganz anders Weil ich hatte jetzt aber auch nicht so viel Speed auf die Gerade mitgenommen Und zu früh hochgeschaltet Man muss da irgendwie genau den richtigen Zeitpunkt treffen Damit er da das Momentum mitlehnt Lassen ist jetzt noch ein Tequila dran 1,7 Sekunden Und alte gelbe Reifen gegen die roten Reifen aus Runde 42 Das ist 3 gegen 2, ne? Ja Lassen natürlich auch mega Ergebnis, P3 Der führende ist gleich nochmal hinter mir Das heißt, ich habe eine Runde weniger, ne? Könnte ich mich lieber runden lassen? Ja Ja Oh, vor dir ist was passiert Ja, Tequila Lassen hat Tequila überholt Und Tequila ist gleich 6 Sekunden dahinter 4 Sekunden dahinter 1 Sekunden dahinter 5 Sekunden dahinter 10 Sekunden dahinter Entre Z去了 56 Sekunden ist 14 Sekunden dahinter 4 Sekunden, wir haben alle zellen 9 Sekunden Lassen wir zwischen 1 Sekunden werden die Also, scheint ja eindeutig zu sein, Formel 1 23 macht mich zu einem besseren Rennfahrer. Für mich zum schlechteren, ne? Ich habe den Vertreter und durchgehalten. Kieler wieder auf normaler Pace, verliert keine Zeit mehr. Wer ist jetzt hinter dir? 1 Minute 17.062 Entfernungspilente 1 Minute 17 1 Minute 9 Ich zähle das mal mit DRS. Achter und dann geht er hoch bis 315 oder 12 und geht jetzt auch wieder langsam runter. Ja, das ist auch noch dein Klügel-Schaden, ne? Ja. 1-2 kmh macht das glaube ich auch. 1-2 kmh macht es gut. 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 2-1 kmh macht es gut. Nochmal Power-Oberstier zum Abschied. Diese und noch eine. Meine Arschbacken tun so weh. Ich glaube, das wäre gerade zwischen uns beiden ein spannendes Rennen gewesen ohne deinen Ausfall. Weil ich war ja schon knapp hinter dir nach dem Start. Was denkst du? Ich hatte das Gefühl, ich hatte eine sehr gute Rennphase. Ich war ja auch den gelben Reifen nach 18-Runden-Training so in den 17er-Zeiten und da bist du so 18er-Zeiten gefahren. Nun weiss ich nicht, wie es in diesen speziellen Sessions gewesen wäre. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass meine Rennphase stärker war. Dafür war ich auf den Roten vorher mal ein bisschen schneller. Du meinst in den Quali-Zettel? Ja. Ja. Genau das wäre, glaube ich, eher das Interessante gewesen. Du im Quali vor mir und ich dann im Rennphase aufholen. Schade, es wäre es doch interessant gewesen, auszuloten. Ich gucke gleich auch nochmal auf die roten Reifen. Und ich denke mal, die werden auch total top sein, etwas mit 50 Prozent. Wenn man überlegen, nochmal ein, zwei Runden vorher reinzugehen, ne? Easy! So freut sich mein Avatar noch immerhin. Oh, nice. Voll schlimm. Nice! Ja. Stark auf der Strecke gehalten. Ich fand meine Pace auch nicht schlecht. Die war genau da, wo du in den letzten Rennen auch mal warst, ja. Ne, letzte Rennen war ich nicht. Ich fand, ich war jetzt so P5 bis 10 von der Pace her. Sonst bin ich eher Pace 10 bis 15, aber vorne fallen halt welche aus. Aber hier sind jetzt auch echt starke Fahrer noch ausgefallen, ne? Das stimmt. Also gerade P1, P2. Also gerade P1, P2. Du kannst mal gleich mein Power Overest hier zeigen. Ich finde, das hat sehr spät eingesetzt. Ja, glaube ich dir sofort. Wenn ich es richtig sehe, null Incidents, das ist natürlich auch cool. Ja. Müsste es gleich in A hochgehen. Geht das überhaupt? Ich glaube, ich muss erst drei Rennen gemacht haben. Ja. Dann hat auch 4.09. Pinnaculare. Guck, der Report Spot ist gerade kaputt. Schreiben Sie auch auf deren Discord. Der was? Der Report Spot ist kaputt gerade. Was ist? Aha. Das heißt... Das heißt, du musst über die normale Dingensdias anschauen. Geil. Ich habe ein richtiges Formel 1 Rennen gefahren. Also so fühlt es sich an. 102 Nasse I-Rating bei mir. Nasse, meinst du Minus? Ja. Oh, das ist bitter. Bei mir 61 dazu. Garage. Oh, oh, oh. Erstmal will ich dir meinen Start zeigen. Der war nämlich... Ja, der war gar nicht so super, aber ich habe es dann ganz gut gehalten. Gucken wir mal. Hat halt auch Glück, dass vor mir keiner war. Ah, hinter mir ist Kaufhof da. Oder wie er hieß, Kaufland. Kaufholt. Genau. Die Stadt war sogar eher mittelmäßig für unsere Verhältnisse, ne? Ja, ja. Wie viele Autos waren da zwischen uns ungefähr? Jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ja. Vier. Oder fünf. Es passiert gleich was, dann fahre ich vorbei. Und dann bin ich auf P10 oder so und du bist auf P6. Na genau, hier guck, jetzt passiert da der Mist. Ich kann innen vorbeiziehen. Und den hier schnupfe ich auch noch. Und da vorne bist du schon. Da vorne fährst du gerade weg. Wenn ich den hier überholt habe, dann bist du vier vor mir. Das wäre halt... Also ich fand das schon eine coole Aussicht. Habe ich ein Überholmanöver gemacht? Der wollte eh in die Box. Ja, im Endeffekt können wir jetzt ja vorstellen, auch deins. Ja, warst du doch schon in der Runde? Das ist jetzt schon, ja. Nee. Nächster erst? Ja. Okay, dann fahren wir jetzt eine Runde so. Und dann kommt Runde 3. Jesus! Das ging ja mal super, Ballabatz. Ja, ja. Und wenn du jetzt mal aus der Faschis nochmal guckst... Ja. Dann bin ich halt eigentlich schon wieder gerade. Welchen Gang hattest du drin? Dritten? Da. Und jetzt? Ganz gerade nicht, aber es ist schon bitter. Ja, und ich fahr bei 150. Das ist schon echt toll. Zweiter. Das ist natürlich auch... Das ist ein bisschen gering. Da bin ich vorher schon weit im Dritten. Hier bin ich immer beim Dritten. Das trau ich mich nicht, bis dahin, bis zum Zweiten zu fahren. Hier ist so eine Markierung auf dem Boden. Diese hier. Da schalte ich immer in den Dritten, spätestens. Man kann die Kurve auch komplett im Dritten fahren. Ja. Ah, ist das ärgerlich. Also das ist jetzt natürlich nicht der Grund. Man kann die immer im Zweiten fahren und das auch schaffen. Man muss halt nur viel vorsichtiger sein. Ach, bitte. Wollen wir noch angucken, wo am Ende P2 und 3, kurz vor Ende? Oder ein paar... Ich mach mal den Crash wahrscheinlich von Bueno noch. Bueno gegen... Ich mach mal Focus on... Focus on Crashes einfach. Ich bin gerade in Runde 3. Okay. Two points. Okay. Replay Next Incident 2 Da, jetzt geht's Runde 6 ist das Fast so ein bisschen wie unser Livery hier dahinter Nur halt mit anderen Farmen Halt, was war da? Ah, das bin ich vor Kauf Volt Als ich mich verbremst habe Und dann geht er vorbei, ne? Ja Mit DAS Ufff Ah Bueno esto ha sido Autsch Er will einfach weiterfahren, ne? Ne, was? Hä? Ich glaube, der andere wollte in die Box Ja, aber da fährt man doch nicht rechts vorbei Ne Verschätzt Und das ist Mikuschewski Das ist auch noch der top schnellste Fahrer Ja Unfassbar Gut, Leute Mein Popo bringt mich um Wir sagen quit Wir sagen save Wir gucken noch rein In Das Ergebnis 104 Punkte Ist auch nicht schlecht Das ist glaube ich das Beste, was ich bisher je gekriegt habe Das ist auf jeden Fall sehr gut Safety Rating jetzt hoch auf 4,52 I-Rating 61 hoch Ja Das ist gut Und kann man nicht hier auch Hatten sie das nicht gemacht, dass man die Resultate Direkt von der Liga dann gucken kann Ja, du kannst oben auf Series Stats gehen Und dann bist du auf P40 Wo steht das? Series Stats? Äh, wenn du die Serie aufmachst Achso Also das einmal schließen Dann Genau Da P40 Der einzige mit B-Lizenz Ah Nicht schlecht Nee, auf der ersten Seite ist Mikuschewski auch noch mit B-Lizenz Ah, gut gesehen Stimmt Ja, krass Und wie viele Runden Ah, der hat nur 7 Rennen von Und nicht 9 Das heißt, der wird nochmal ein bisschen weiter vorne sein Irgendjemand, den wir kennen Mit dem wir gefahren sind Berglund P10 Aber Tobias Saal Plumley Zum Beispiel P3 Ah ja, Tobias Saal da Daniel Lopez hatten wir auch schon im Rennen Bueno mit 6 Rennen auf 37 Hier ist Gary Larson auf 23 7 Rennen Das ist auch stark Ja So, und wo bist du? 79 Mit 6 Rennen Da, 6 Rennen Unser Jaggi Schön Wann geht's weiter Wann geht's weiter? Wann ist wieder Formel 1? Gucken wir mal Darf man eine Strecke mehrfach fahren für mehr Punkte? Man darf sie 4 Mal fahren Bevor Aber es findet glaube ich nur 4 Mal statt Also du darfst so Ne Findet 8 Mal statt Findet 8 Mal statt Okay Beim 5 Mal würden die beiden besten Ergebnisse Der Mittelwert errechnet und zählen Aber wir fahren meistens nur einmal Ich bin Letzte Woche bin Also vor 2 Wochen Barcelona Das bin ich 2 Mal gefahren Und da ist auch mein besseres Ergebnis gewertet worden Und nicht das, was im Stream zu sehen war Äh, Schedule Typische Ähm Eyracing Regeln Ja In 2 Wochen geht es in Österreich weiter Schön Und darauf dann eine Woche später In Silverstone Das heißt Ende Juni, Anfang Juli Sind wieder Formel 1 Wochen hier auf dem Kanal Mit Jaggi nehme ich an Es wird nur das Beste gewertet Solange du nicht mehr als 4 Rennen fährst Genau so ist es Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen Ich hoffe es hat Spaß gemacht Uuuuund Codename Codename Mimisack Wenn ihr das auf YouTube bis zum Ende gesehen haben solltet Gerne in die Kommentare Tschüssikowski